Wie würde es sich anfühlen, wenn du absolut keinen Widerstand gegen deine wahre Natur hättest? Wenn du ohne Selbstzweifel, ohne den ständigen Optimierungsdrang und ohne die Suche nach der Anerkennung im Außen deine Einzigartigkeit in die Welt bringen könntest? Erinnere dich, dass du Liebe bist und befreie deine Liebe. Das möchte ich dir in dem Liberation Journey ans Herz legen, ich Tag für Tag erinnern und dir meinen eigenen Weg zeigen, den ich zu mir gefunden habe. Durch das Eintauchen in die Stille, Berührung, Reflexion, Journaling, inspirierende Texte und den freien Ausdruck durch Yoga und Bewegung. Komm zurück zu dir und befreie deine Liebe.